Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Let's go, my friend. Okay, keiner will zu Hause bleiben. Was ist das für eine Überraschung? Nun gut. Eins, zwei. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren. Ich glaube hier, oder? Es wird auch jedes Mal weniger. Von Platten zu Kassetten zu CDs. Fünf CDs haben wir nur noch im Inventar. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage haben wir als Sparmaßnahme die Altersversorgung zusammenstreichen müssen. Wir können die Stadt nicht wegen ein paar faulen alten Menschen, die sich nicht um sich selbst kümmern können, vor die Runde gehen lassen. Jeden Tag kommen Dutzende Rentner zu uns und drohen, eine Demonstration zu organisieren. Eine große Versammlung älterer Leute kann eine Bedrohung darstellen. Schließlich reden wir hier von Menschen mit schwächlicher Gesundheit. Das können wir nicht zulassen. Also müssen diese Aktivisten wieder in ihre Pflegeheime verfrachtet werden. Der Einsatz von Gewalt, falls nötig, ist abgesegnet. Rogers geht zu der Geburtstagsfeier eines Freundes der Stadt. Zusätzlicher Polizeischutz wird verlangt. Ja, da kriegt er natürlich die Besten der Besten. Nur die ausgeschlafenen Leute kriegt Rogers. Das machen wir mal. Gucken wir uns nochmal das Gehalt an. Das hat geklappt. Oh, Rentner-Demonstration. Mal ganz ehrlich. Er geht mir langsam auf den Sack. Ja. Wir schicken da mal niemanden. Ja, jetzt kommt er wieder mit dem Eid und so. Du, Alter. Vergewaltiger, du. Pass mal auf. Können wir nicht hier bei... Ermittlungen wollten wir auch machen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich will hier mal Gewerkschaftsbund machen. Aber das ist nur diese Pille-Palle-Aufträge, ne? Ich prügele doch keine Rentner zusammen, weil der blöde Bürgermeister die Altersversorgung streicht. Ganz ehrlich. Nein! Ähm... Ach, diese kleinen... Das kann man ja immer nochmal machen. Was haben wir denn hier? Es ist mal tägliche Angriffe am Strand. Und ein Mann hat ein Pärchen unterschiedlicher Hautfarbe angegriffen, das am Strand spazieren ist. Ermittlung. Oh, da können wir nur Faust schicken. Machen wir mal. Und wir gucken uns mal die anderen Ermittlungen jetzt an. Da wollten wir nochmal gucken. Hier, Drogenbesitz. Ich glaube... Warte mal ganz schnell gucken. Jawohl, Newberry ist nämlich da. Und ich glaube... Wiesli auch. Also wir könnten, wenn wir es denn hinkriegen... Und das Ganze hier im Mittelkriegen, beide Fälle abschließen. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Joseph Costello. Costello bleibt spätabends in der Kirche, bringt die Waren hinein... Und versteckt sie. Okay, wir gucken mal. Die Drogen sind in kleine, bunte Päckchen verpackt... Und werden in Kisten mit Wein direkt aus dem Weingut des Bischofs versteckt. Also wir haben kleine, bunte Pillen. Das passt schon mal. Das könnte hier auch irgendwo passen. Und wird in Weingedöns... In Kisten mit Wein versteckt. Verladen vielleicht. Hier sowas könnte noch sein. Gucken wir mal. Die Ware wird in weißen Jeeps angeliefert. Man kann sie an dem Kreuz erkennen, dass auf der Motorhaube aufgemalt ist. Weiß sieht er nicht aus. Doch, doch, doch. Das ist Schatten wahrscheinlich. Ist wohl weiß mit dem Kreuz. Da wird die Ware angeliefert. Die Kisten werden von den Fahrern in die Kirche getragen. Vom Fahrer in die Kirche. Was ist denn hier der... Gut, das wird es nicht sein, ne? Weil hier sitzt der Fahrer ja noch dran. So, die kommen an. Werden vom Fahrer in die Kirche getragen. Er versteckt die Drogen in einem geheimen Lager, das sich in der Bibliothek hinter einem der Bücherregale findet. In dem Regal stehen nur blaue Bücher. Passt schon irgendwie, ne? Und dann? Und dann? So, oder was? Was ist das hier? Alter, das wird wieder ein bisschen schwieriger. Wird angeliefert. In Weinkisten verpackt. Das ist eine Rätselei. Da müssen wir nochmal gucken. Vielleicht kriegen wir den Schmuggel hin. Schauen wir mal ganz schnell. Juan Gamio Salas ist ein erfahrener Schmuggler und ausgesprochen guter in aller Arten von Waren über jede beliebige Grenze schmuggeln. Er ist dabei immer bewaffnet und davon überzeugt, dass er weiter keinen Schutz nötig hat. Also er ist alleine. Er ist bewaffnet. Gut, schauen wir mal. Der Vorsteher des Bahnhofs ist von Morphium abhängig und Salas ist mehr als nur zufrieden damit, sein Bedürfnis zu erfüllen, damit er im Gegenzug anderen Geschäften wegsieht. Okay, der Vorsteher des Bahnhofs, der kriegt Morphium im Gegenzug. Der kriegt kein Geld, der kriegt Morphium und schaut dann weg. Die Teile des gestohlenen Wagens werden im Container auf dem Laster versteckt. Im Container auf dem Laster. Okay, Beladung. Werden vom Laster direkt auf den Zug. Also hier vom Laster direkt auf den Zug. Das passt schon. Und das würde auch passen. Das Gewicht der Sendungen wird erfasst und der Container versiegelt. Für die Dienstleistung zahlt Salas direkt in bar. So was hier. Irgendwie so. Also rauf aufs Auto. Da wird verladen. Der Bahnhofsvorsteher kriegt Morphium. Und der wird erfasst und der Container versiegelt. Salas arbeitet selbst eigentlich. Dann verlädt er ja sein Zeug auch selbst, oder? Wir können das auch so machen. Dann wird es versiegelt. Keine Ahnung, Freunde. Muss ich auch nochmal mir durch den Kopf gehen lassen. Dann schauen wir uns doch hier erstmal im Angriff im Stadtzentrum um. Ein Taxifahrer hat beschlossen, ihm eine Lektion zu erteilen, weil er das Taxi nicht bezahlen wollte. Und den dann ordentlich verdroschen. Na gut. Das ist was für Sanu und Playtonic. Mehr Leute brauchen wir da definitiv nicht. Die letzten Detektivfälle, die sind ja eigentlich ganz gut gelaufen. Jetzt hängt es mal wieder ein bisschen. So, Kindesmisshandlung. Da bin ich schon mal auf jeden Fall mit drei Leuten dabei. Ja, brauchen wir gar nicht viel Text lesen, Freunde. Ähm, hier können wir nochmal jemanden schicken. Der Rest der Grünbeamten ist leider verhindert. Weil er dem blöden Bürgermeister helfen muss. So, hier hat die Ermittlung begonnen. Alles klar, gucken wir uns später mal an. So, Schlüssellose und die Kirche. Da sind wir quasi hier. Ach nee, Moment. Wir sind hier bei Costello. Genau. Und hier sind wir schon bei Salas. Also das wären schon zwei Fälle. Das wäre schon richtig nice. Da würden wir Kohle kriegen. Wenn wir die beiden Dinger hier mal Drogenbesitz und Schmuggel lösen würden. Na mal schauen. So, Tierquälerei. Finde ich auch nicht gut. Wir gucken mal. Kindesmisshandlung ist schon mal gut gelaufen. Und hier die Angriffsgeschichte, wo wir noch Verstärkung geschickt haben, auch. Tipptopp. Vielleicht, boah, die fahren aber wesentlich schneller als die hier, oder? Drei, zwei, eins. Schaffen wir nicht mehr. Dann noch irgendwie andere Beamte. Wir schicken Degar und Trevor. Mehrere Mieter haben berichtet, dass ihre Katzen im Treppenhaus verschwunden sind. Carrie Marlin, Besitzer der Reihe der vermissten Katzen, hat erneut angerufen, um sich zu beklagen. Das ist die siebte dieses Monats. Wir wissen, dass so eine verrückte Hexe im ersten Stock wohnt, die die Tiere einfängt und ihnen schreckliche Dinge antut. Bitte, sie müssen sie aufhalten. Weiß ich nicht. Vielleicht werden die auch einfach nur überfahren hier im Wohngebiet. Ich meine, das kann natürlich gefährlich sein für Katzen, die da rauszulassen. Ein Mann läuft mit einer Spritze in der Hand die Straße hinunter, sticht jeden, der an ihm vorbeikommt. Was? Sticht jeden, an dem er vorbeikommt und behauptet, sie mit AIDS zu infizieren. Super. Das ist ja mal kein netter Scherz. Selbst wenn es kein AIDS sein sollte, ist das mal eine harte Nummer, da mit Spritzen fremde Leute zu stechen. Wollen wir nicht haben in Freeburg, Freunde. Wollen wir nicht haben? Ja, der Mann hat eine junge Frau in eine Telefonzelle gejagt. Sie versucht, die Tür geschlossen zu halten, aber er hat einen Arm mit einer Spritze in der Hand hineinschieben können. Taser, Freunde, Taser. Ja, hier ist er nur Koizumi. Und Playtonic regeln das wie echte, gute Cops. Sag mal, wie lange müssen die denn da noch... Die Katzen wurden von einem Grupp aus dem Keller angelockt, sie wurden alle gesund und unversehrt aufgewunden. Wie lange müssen die denn hier noch dem Rogers dabei stehen? Das finde ich immer auch lustig. Schicken wir unsere grüne Elite hier mal hin. Oh, Bomndrunk. Ein Mann mit einem spanischen Akzent hat so jemand gerufen, gedroht, eine Brücke zu sprengen, wenn das Gefängnis von Freeburg nicht eine Gruppe von Freiheitskämen freiließe, die er seine Brüder nannte. Das Wort kommt auf jeden Fall mit. Und grün haben wir drei. Ich weiß, wir haben es noch nicht probiert, irgendwie mal zu mischen, grüne und rote zu schicken, aber es wurde ja empfohlen, das nicht zu tun. Und ich glaube, wir müssen das einfach nicht ausprobieren. Dann werden da noch irgendwie Leute niedergeschossen, weil sie sich nicht verstehen, nicht grün untereinander sind. Von daher gucken wir einfach mal. Massenschlägerei. Da können wir, gucken wir mal, Mannschaftswagen und dann schicken wir da unsere roten Leute hin. Ein Schauspieler hat mit dem Regisseur bei einer Probe einen Streit angefangen. Damit ich diesen dummen Hut aufsetze, wirst du mir schon den Kopf abschneiden müssen. Der Regisseur wollte nicht aufgeben und es kam zu einem Kampf, nachdem die Kollegen des Schauspielers sich auf seine Seite schlugen. Ja, da schicken wir alle. Bombendrohung. Ja, sehr gut. Gefundene Beutesprengstoff zur Polizeiwache sprengen. Äh, genau. Die Polizeiwache damit sprengen, natürlich. Freunde, das ist es, was wir tun. Tätlicher Angriff. Ja, wunderbar. Schmuggel. Ja, gucke mal hier. Das ist, weiß ich nicht. Und Drogenbesitz gibt es nichts Neues. Drogenbesitz müssen wir theoretisch mal klären. Lernen können. Ach, Mensch. Und hier, warte mal. Nee, nee, nee. Den besticht der, warte mal. Bezahlung. Das ist der Vorsteher des Bahnhofs. Der wird mit Morphium. Und hier, den bezahlt er. Also das müssen wir auch irgendwie mit reinbringen. Waffe ist Quatsch. Falls das der Bahnhofsvorsteher ist, wovon ich ausgehe, weil, ne, dann wird er mit Morphium bezahlt. Das ist also auch Quatsch. Das ist auch Quatsch, weil der macht auch alles alleine. Das heißt, wir müssen das hier irgendwie noch mit reinbringen. Wird doch nicht so schwer sein, oder? So. Der Vorsteher ist von Morphium abhängig. Der Vorsteher des Bahnhofs. Den bezahlt er mit Morphium. Im Container auf dem Laster. Das passt auf jeden Fall. Und, ähm, die Beladung. Die Container werden vom Laster. Das passt auch. Ja, mit der Verpackung, ne? Ist ja irgendwas mit Versiegelung stand doch hier noch. Wo war denn das, sag mal? Der Container wird versiegelt. Ja gut, das interessiert uns nicht. Boah, das weiß ich auch nicht, was das soll. Also, es wird hier und so, oder? So. 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 Dann ist das auch Quatsch. Ich hab mir das gut durchgelesen. Doch, 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 doch. Ah, ich kann's schon wieder sehen, wie du vor dem Bildschirm sitzt. Facepalm. So. So, der Vorsteher ist Morphium. Das sind Morphium-Ampullen. Ganz klar erkenne ich sofort. Die Teile werden im Container auf dem Laster versteckt. So. Zack. Der fährt zum Bahnhof. Werden aber direkt verladen. Der wird bar bezahlt. Vom Laster auf den Zug. Das passt aber. Werden im Container auf dem Laster versteckt. Ja, das würde hier auch passen. So. Achso, vielleicht bezahlt er dann. Das Gewicht der Sendungen wird erfasst und der Container versiegelt. und dann fährt der Zug weg. Ah, fuck, 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 fuck. Hier gibt's auch nichts Neues, ne? Er bleibt spätabends in der Kirche, bringt die Waren hinein und versteckt sie. Kleine, bunte Päckchen werden in Kisten mit Wein direkt aus dem Weingut des Bischofs versteckt. Also, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Bringt die Waren hinein und versteckt sie. Hier, das. Die Ware wird in weißen Jeeps angeliefert. Kann sie an dem Kreuz erkennen. Die Kisten werden von den Fahrern in die Kirche getragen. Das wäre das Ding. In dem Regal stehen nur blaue Bücher. Also, das muss da auch mit rein, mit den bunten Dingers, ne? Die Reihenfolge ist halt noch ein bisschen schwierig. Vielleicht ist das auch, dann fahren die weg und die bringen das rein. Und, ja, er versteckt, sie bringen es rein. Bla, bla. Ha, schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Irgendwelche Tipps zu den Detektiv-Fällen werden gern genommen von mir. Äh, wir können nichts weiter schicken. Wir weigern uns einfach mal und gucken uns an, wie es gelaufen ist hier mit Mannschaftswagen. Tipptopp ist es gelaufen. Na wunderbar. Fantastisch. Okay, bis auf die Ermittlungen, da werde ich noch mal ein bisschen gucken. Ja, das werde ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde mir die Folge noch mal angucken. Und dann ein bisschen, ähm, in Gedanken rumprobieren. Stadtverwaltung, na klar. Ja, weil wir die Rentner nicht hintergeprügelt haben. Ähm, aber ganz ehrlich, Freunde, es gibt auch Grenzen. Die Loyalität zu Rogers und, wir wissen was, was er nicht weiß, er wird abgesägt werden. Und darauf bin ich gespannt. Ich hoffe, du auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wirklich sehr über jeden, der die Folgen hier anschaut und auch Kommentare schreibt. Ist toll. Feedback ist gut und lässt mich hier weiterspielen und weitermachen. Und mich auch Freude an diesen Let's Plays haben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschüss. Dein Numi. Dein Numi.